Herzlich Willkommen zu unserer Climate Farm Demo-Veranstaltung auf dem Betrieb von Südzern Börsma und seiner Familie. Wir haben hier einen Milchviehbetrieb mit unserer Familie, meiner Frau und fünf Kindern mit 170 Süßekühen und 91 Hektar Grünland. Wir machen Blockabkalbungen, März, April, Mai, Kälber, die Kühe ab und Vollweidehaltung versuchen, wie so viel wie möglich. Wir haben den Betrieb ausgewählt, weil er ein für Deutschland sehr ungewöhnliches Betriebssystem hat. Vollweide mit Jerseykühen, mit Blockabkalbungen im Frühjahr. Das Weidesystem bzw. Weidemanagement entspricht dem irischen bzw. neuseeländischen Vorbild. Das heißt, es wird eine intensive Umtriebsweide gefahren. Die Tiere erhalten zweimal pro Tag eine neue Weideparzelle, sodass sie immer frisches Gras haben, hochwertiges Futter von höchster Qualität. Was sind die Vorteile für das Klima in dieser Produktionsweise? Das sind einmal die Jerseykühe, sind kleinrahmige Kühe, die eine sehr hohe Futtereffizienz haben. Das heißt, sie können aus weniger Futter Milch machen mit sehr hohen Inhaltsstoffen. Sie sind außerdem sehr robust und langlebig. Langlebige Kühe sind freundlicher fürs Klima. Gleichzeitig dadurch, dass der Betrieb Vollweide macht und auch im Frühjahr mit der Abkalbung sofort in die Vollweide startet, ist der Vorteil, dass der Betrieb weniger Silagen und weniger Futtermittel konservieren muss. Dadurch wird weniger Kraftstoff eingesetzt. Durch diesen reduzierten Kraftstoffeinsatz wirkt sich das natürlich positiv auf die CO2-Bilanz der Milch aus. Der Betrieb ist sehr auf den Standort angepasst und die größte Maßnahme, die der Betrieb umsetzt, ist, dass auf dem Grünland nicht nur Weidelgras und Klee eingesetzt werden, sondern der Betrieb setzt auch Spitzwegerich ein und Cichurie oder Cichurie, um auf Spätsommertrockenheit reagieren zu können. Da diese beiden Pflanzen durch ihr Tiefrisswurzelsystem im Sommer auch Wasser aus den tieferen Bodenschichten besser nach oben fördern können und deswegen den Bestand quasi stärken und die Futtersituation verbessern. Gleichzeitig bieten die Pflanzen den Vorteil, dass sie andere Mineralstoffe mit nach oben fördern und sind dadurch auch für die Tiergesundheit Vorteil. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass durch diese Weidehaltung die Fütterung zum einen klimafreundlicher geworden ist, aber auch arbeitsfreundlicher. Er hat einen deutlich wenigeren Arbeitsaufwand und somit auch weniger Dieselverbrauch. Die Tiere haben mehr Auslauf, also ist eigentlich für alle eine Win-Win-Situation. Spannend fand ich tatsächlich das Thema Saatgutanpassung mit Einstellungen auf die Nass- und Trockenperioden. War eine tolle Veranstaltung, hat viel Spaß gemacht. bis zu einem Butler Schmidt. Bis zum nächsten Mal! Spielern mit Sperrischer